Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem August 2017. Ja, der Herbst ist da, der September ist da und ja, ich dachte, ich zeige euch mal meine Neuzugänge. Während ich ja in den letzten beiden Monaten ja etwas eskaliert bin, habe ich mich im August wirklich ein bisschen zusammengerissen. Ich habe Rebuy, ja, ignoriert, Medimops, Avel, Ebay, Amazon, Talia. Ich habe ja um alles einen großen Bogen gemacht und habe wirklich bei Büchern zweimal darüber nachgedacht, ob es jetzt sein muss. Denn ich wollte im August auf jeden Fall mehr Bücher gelesen haben als gekauft haben. Und am liebsten hätte ich bei den Neuzugängen eben auch einfach so einen einstelligen Wert gehabt. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Mit reinen Büchern habe ich es tatsächlich geschafft, einstellig zu bleiben. Und es sind neun neue Bücher geworden. Davon sind es vier echte Bücher, drei E-Books und es sind auch zwei Hörbücher eingezogen. Und es ist eine Art Bastelbuch bei mir eingezogen, den ich jetzt aber nicht als Neuzugänge im klassischen Sinne zähle. Denn es ist halt kein Buch zum Lesen, sondern zum Basteln. Aber dazu am Ende einfach mehr. Begonnen hat der Monat mit der zweiten Staffel von Monster 1983. Das habe ich mir direkt in Berlin geholt, bevor es auf die Heimreise ging. Denn ich hatte auf dem Hinweg nach Berlin die erste Staffel komplett gesuchtet, zu Ende gehört fast. Und hatte dann nur noch so eine halbe, dreiviertel Stunde für die Heimreise. Und habe mir dann in Berlin von einem Guthaben direkt auch die zweite Staffel geholt. Wird mittlerweile auch gehört und ich fiebere jetzt Ende Oktober entgegen, was ja jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr lange ist, wenn man sich das so überlegt. Und dann kommen die dritte und finale Staffel. Und es war eine, ja, eine grandiose Erzählung. Das Hörspiel ist super gesprochen, super inszeniert, sehr, sehr spannend, tolle Wendungen, ein wirklich grandioser Thriller, wie ich finde. Und ja, beide Staffeln eine absolute Hörempfehlung. Dann ist bei mir mal wieder eine andere Art von Buch eingezogen. Und zwar ein Buch über Atem-Yoga von Kalashatra Govinda. Und dieses Buch habe ich, ja, einfach so beim Rumstöbern entdeckt. Das mache ich ja öfter mal, was so Yoga angeht und Meditation. Und wir haben hier eben, ja, die Grundlagen des Atem-Yoga, Lebensenergie wecken, Selbstheilungskräfte aktivieren und Gelassenheit entwickeln. Und es ist auch eine 70-minütige CD dabei, erschienen im Irisjana Verlag, von dem es mir auch zur Verfügung gestellt wurde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich bin im Urlaub nicht dazu gekommen, reinzusehen. Habe mir das jetzt aber für den September vorgenommen, weil ich finde, das kann man natürlich auch wunderbar so ein bisschen parallel lesen. Und ja, sich da einfach in die Grundlagen des Atem-Yoga so ein bisschen einfinden. Ich habe davon schon so ein bisschen was gehört, habe auch schon zwei, drei Übungen mal dazu gemacht. Aber mich nie wirklich intensiv damit beschäftigt und umso neugieriger war ich jetzt auf diese Neuerscheinung. Und ja, bin natürlich sehr froh, dass dieses Büchlein zu mir gefunden hat. Als E-Book eingezogen ist dann Liebe zwischen den Zeilen von Veronika Henry. Das ist im Diana Verlag erschienen. Und dieses Buch hat mich einfach angesprochen, weil es geht natürlich um eine Buchhandlung. Und es geht um Menschen, die in diese Buchhandlung gehen. Und es geht auch um die Besitzerin der Buchhandlung und um den früheren Besitzer, der der Vater war. Und ich fand, das klang einfach wieder, ja, Liebe zu Büchern, Liebe zu Buchhandlung. Ich meine, wir sind hier alle bei Booktube und ich glaube, wir haben alle die gleiche Leidenschaft. Und es klang nach einer tollen und auch wirklich, ja, Lebensgeschichte sozusagen, die so aus dem Leben gegriffen sein könnte, habe ich im August auch gelesen. Dazu dann natürlich mehr. Ich denke, die Bücherwoche war schon. Und ja, guck da einfach mal rein. Dann habe ich in meinem Urlaub, irgendwann lief er auf ProSieben, das Schicksal ist ein mieser Verräter mir angeguckt und hatte direkt mal wieder Lust auf die Geschichte. Ich habe das Buch ja schon zweimal gelesen und dachte mir, wenn du es das nächste Mal irgendwann im Herbst, Winter liest, liest du es in Englisch. Und ja, so habe ich mir The Fault in Our Stars von John Green geholt. Ich kenne dieses Buch also schon. Es zählt auch jetzt nicht direkt als Sub, denn es ist ein bekanntes Buch. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr gespannt, wie es sein wird, das im Original zu lesen. Ich habe den Film, ich glaube, damals im Kino war ich nicht auf DVD, sowohl im Deutschen wie im Englischen angehört, angeguckt, wie auch immer. Und bin jetzt sehr gespannt auf das Buch im Englischen und ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall für mich so ein Herbst-Winterzeit, wo man heulen kann, ohne dass man schlechtes Gewissen gegenüber der Sonne hat. Ja, ich habe da einen Knall und stehe komplett dazu. Dann ist bei mir ein Buch eingezogen, das schon wieder ausgezogen ist. So klingt dein Herz von Cecilia Ahern. Das habe ich bei einer Leserunde bei Lovely Books gewonnen und ist ja direkt wieder ausgezogen, weil ich es überhaupt nicht wirklich gut fand. Ich mag Cecilia Ahern's Bücher. Ich habe so ziemlich alles von ihr gelesen und die waren von brillant bis zu okay oder gut. Wenn man das so abschwächen möchte, es war keins dabei, was ich so richtig schlecht fand. Aber dieses hier fand ich wirklich nicht gut. Die Wendungen, die dieses Buch genommen hat. Ja, und dieses Cover. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre bei diesem Cover nie auf die Idee gekommen, dass das ein Cecilia Ahern Buch ist. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat beim Fischer Verlag. Auch wenn man sich das Original-Cover anschaut, wirklich sehr, sehr schade. Aber ja, manchmal muss man da eben so bei den Covern durch. Dann gibt es ein neues Buch von George R. Martin. Und nein, es ist nicht der sechste englische Teil von The Song of Ice and Fire, das Lied von Ice and Feuer. Sondern zusammen mit Lisa Tattel ist seine, ich glaube, ziemlich erste Geschichte neu herausgekommen. Und zwar Sturm über Windhaven. Und es ist von George R. Martin und es klingt nach sehr geiler High Fantasy. Und ich war einfach mega, mega gespannt, was mir diese Geschichte geben wird. Ob irgendwo schon Andeutungen für Game of Thrones dabei sind, die man sich da so hineininterpretieren kann. Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, der Mann kann einfach schreiben und das hat er einfach für mich bei das Lied von Ice and Feuer gezeigt. Und ich habe ja auch von Wild Cards den ersten Teil gelesen, wo er nur Herausgeber ist. Da spürt man definitiv auch die Teile, die von ihm sind. Wie auch bei den Kurzgeschichten Königin im Exil und der Bruder des Königs. Wo ja verschiedenste Autoren eine Geschichte beigetragen haben. Und ich finde immer, dass die Geschichten von George R. Martin so einen besonderen Zauber haben. Und ich bin sehr gespannt über dieses Buch. Das ist ziemlich Ende des Monats bei mir eingezogen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann ist ein lang, lang, lang erwarteter zweiter Teil bei mir eingezogen. Und zwar Die Brut, die Zeit läuft von Ezequiel Boon, Boon, wie auch immer wir ihn aussprechen möchten, aus dem Fischer Verlag. Der erste Teil von Die Brut habe ich ja damals in der Leserunde gelesen, fand ich grandios. Ich habe mich so geekelt. Ich fand diesen Thrill so widerlich, dass es wirklich schon gut war. Das klingt total gaga, aber ja. Und der zweite Teil ist jetzt im August erschienen. Wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt und sieht seinem Vorband um nichts nach. Der war ja schwarz mit rotem Buchschnitt. Und hier haben wir einen grünen Buchschnitt, der dann wieder zu dem Fischer-Logo passt und oben zum Autorennamen. Und hier haben wir ja im ersten Teil, ja, eben, dass etwas die Welt bedroht, dass sich, ja, die Brut aufmacht, Menschen tötet, ganze Landabschnitte verwüstet, zurücklässt. Und das ist unglaublich eklig. Und mir kraut es direkt schon ja direkt Gänsehaut am Rücken und an den Armen. Und ich fand den ersten Teil mega spannend geschrieben. Ich mochte die verschiedenen Sprachstile, die verwendet wurden und habe mich dementsprechend natürlich sehr auf den zweiten gefreut. Ich weiß, dass der dritte im Englischen schon fertig ist. Und ich glaube, wir haben den ersten Band im April, Mai gelesen. Es hat, glaube ich, drei Monate, vier Monate gedauert. Und ich hoffe einfach, dass dann der dritte Teil Anfang nächsten Jahres herauskommt. Und bin da mega gespannt jetzt auf den zweiten Teil, der, ich denke, jetzt auf jeden Fall auch im September gelesen wird. Dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr wo, über fünf Ecken ein Buch entdeckt, was es dann zum Schnäppchenpreis von einen Euro auch bei Amazon gab. No Ordinary Star von MC Frank. Das habe ich mir auf Englisch geholt. Ich weiß noch gar nicht, ob es da überhaupt die deutschen Bücher dazu gibt. Und das klang einfach nach einer ganz, ganz tollen Science-Fiction-Dystopie und, ja, hat mich einfach angesprochen. Ich kann euch nicht mehr erklären, über welche Ecken ich zu diesem Buch gelangt bin. Mich hat dann das Cover angesprochen, mich hat der Klappentext angesprochen. Und dann dachte ich mir, Mensch, so für einen Euro kannst du nicht viel verkehrt machen. Ich glaube, im Englischen gibt es aktuell schon zwei oder drei Bücher. Also es ist eine Reihe auf jeden Fall. Und ich glaube, es sind um die 160, 170 Seiten, wo ich denke, das kriegt man auf jeden Fall auch einfach mal so weggelesen, um dann eben einfach, wenn es einen packt, die anderen Bände auch durchzulesen. Ich finde das Cover wirklich sehr, sehr gelungen und freue mich auf jeden Fall auf dieses Buch. Und ja, bei dem Schnäppchenpreis konnte ich natürlich dann auch nicht Nein sagen. Und dann ist als letztes noch ein Hörbuch bei mir eingezogen. Und zwar das neue Buch von Ursula Potznanski, das Aquila heißt. Und ich hatte jetzt im Ende August ja Erebos gelesen, was mich echt vom Hocker gehauen hat. Und ich glaube, im letzten Jahr hatte ich Fremd gelesen, was sie zusammen mit Arno Strobel geschrieben haben. Das fand ich auch gut. Und ja, ich finde auch hier die Geschichte von einem Mädchen, dem irgendwie zwei oder drei Tage in der Erinnerung fehlen, klingt mega spannend, super interessant. Und ja, das musste einfach bei mir einziehen. Ich habe mich auch gar nicht weiter um dieses Buch irgendwie informiert, weil ich mich ja auch gerne auf Bücher einfach einlasse von Autoren, die ich kenne. Und da mich Erebos einfach so begeistert hat, durfte dann auch in der letzten Augustwoche dieses Hörbuch bei mir einziehen. Und ich bin mega, mega gespannt darauf und freue mich, dass jetzt auch, denke ich, ziemlich zeitnah zu hören. Und auch der Sprecher oder die Sprecherin fand ich ganz gut, habe mir die Hörprobe auch vorher angehört, hatte nichts zu meckern. Und ja, bin da einfach sehr gespannt. So, das waren jetzt an sich meine ganzen Bücher, die auch zum Lesen sind. Aber es gibt hier noch ein Buch, was hier steht, was eine Art Bastelbuch ist. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen merkwürdig. Die Steffi und ein Bastelbuch. Aber bei mir ist etwas super Schönes eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Ende Juli kam oder schon im August. Und zwar aus dem Ars Edition Entertainment Verlag ist von oder zu Game of Thrones ein Schattenwolf eingezogen. Und zwar gibt es jetzt 3D-Masken mit Wandhalterungen von allen oder nicht allen, von einigen Häusern aus Game of Thrones. Wir haben einen Drachen aus dem Haus Targaryen. Wir haben Weiße Wanderer. Und wir haben einen Löwen aus dem Haus Lannister. Jede Edition kostet 20 Euro und es soll wohl ein Vergnügen im Basteln sein mit viel Kleber und Puzzleverständnis. Und man kann hier dann eben entweder eine Maske zum Tragen basteln, die man sich wirklich auf den Kopf setzen kann. Oder eben mit einer Wandhalterung. Da hat der Schattenwolf dann auch ein bisschen Hals. Und das wird bei mir auf jeden Fall gebastelt. Und das ist mir vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Wir waren ja im Juli und August und sind es wohl ein Leben lang im Game of Thrones Fieber. Und ich habe mich für den Schattenwolf entschieden. Jetzt gar nicht, weil ich ein Jon-Fan oder so bin. Mein Herz schlägt ja eher für Arya und Bran. Aber einfach, weil ich den Schattenwolf von den Figuren einfach mit am schönsten finde. Ich glaube auch, dass der Drache tatsächlich noch ganz cool aussehen wird. Ich werde mich jetzt mal, ich denke mal jetzt Oktober, ja September, Oktober, wenn so die Puzzle- und Bastelzeit bei mir losgeht. Also Puzzeln tue ich sehr gerne im Herbst, Winter. Werde ich mich an diesem Schattenwolf wagen. Und wenn ich einigermaßen gut zurechtkomme, könnte ich mir auch vorstellen, dass wirklich noch Drache und Löwe bei mir einziehen. Weil ich finde das super, super schön. Das ist wirklich ein großes Tier, ein großer Kopf. Also wenn man dem wirklich überziehen kann, macht er auf den Bildern und so wirklich einen großen Eindruck. Und ich bin da einfach mega gespannt. Und ja, lasst euch da auf jeden Fall beim Basteln dann ein bisschen dran teilhaben. Ja, im Grunde sind es jetzt neun echte Bücher. Und wie gesagt, das hier zähle ich einfach nicht als echtes Buch, weil es ist nichts groß zum Lesen. Es steht zwar ein bisschen was über Haustark drin, aber ja, das landet bei mir nicht auf dem Sub sozusagen, sondern auf dem, ja, Maske zum Basteln, Stapel oder wie auch immer wir es nennen wollen. Sucht euch da eine Abkürzung aus. Ja, das waren meine Neuzugänge aus dem Monat August. Ratzfatz war mein Urlaubsmonat. Ohne, es ist echt unglaublich. Auch wenn der Urlaub nicht wirklich schnell vorbei war, wenn man halt so einen Monat rückblickend beobachtet. Und ja, dann ist das schon irgendwie Wahnsinn, wie schnell das alles vergangen ist. Und ja, der nächste Urlaub wartet. Im Oktober geht es ja für mich noch eine Woche in die Sonne. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber jetzt genießen wir erst mal den September mit hoffentlich ein paar milden und schönen Herbsttagen. Und ich bin jetzt natürlich auch ganz neugierig, welche Bücher so bei euch eingezogen sind. Vielleicht auch eins der Bücher, die bei mir eingezogen sind. Oder habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere von meinen Neuzugängen gelesen? Dann natürlich immer her damit. Immer gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.